Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, ein tolles Wochenende und einen schönen Start in die Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich heute das allererste Mal mit in meine kleine Blissim-Auszeit. Ich habe es gewagt. Ich habe mir eine Blissim-Box bestellt. Bin mal sehr gespannt. Das geht ja gerade ein bisschen rum. Also das ist eigentlich ursprünglich eine Box aus Frankreich. Die sind jetzt hoch nach Deutschland gekommen. Ich weiß, dass man sich auch direkt die französische Box bestellen kann. Dann kommt die monatlich zu euch nach Deutschland geliefert. Ja, das war gutes Deutsch, oder? Ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt gibt es auch Blissim-Deutschland. Ein Ableger davon. Es gibt immer mehr Mädels und Jungs hier auf YouTube, die das ausprobieren, testen. Und ich glaube, das wird von der Renner. Ich teste jetzt auch einmal. Ich weiß noch nicht, ob ich dabei bleibe. Wir schauen mal. Jetzt schaue ich erst mal mit euch rein. Die Blissim-Box, wie gesagt, kommt aus Frankreich, kostet im Monat 14,95 Euro. Es ist eine von den niedrigpreisigeren Boxen. Es gibt wohl immer einen Warenwert über 60 Euro, meine ich. Wir schauen mal rein. Und hier haben wir den Fall, dass die Box monatlich kündbar ist. Also ihr macht kein 6-Monats-Abo, 12-Monats-Abo oder sonst was, sondern jeden Monat flexibel könnt ihr kündigen. Ich habe jetzt mal eine allererste bekommen und ich finde als erstes die Verpackung schon mal ganz cool. Das ist der Karton. Hier oben war der Adress-Kleber drauf und dann geht der so komplett auf. Schaut mal. Tada! Kein drauf springen und klein falten, damit es in den Papiermüll kann. Erster Pluspunkt. Ich fette das jetzt richtig schön klein. Und fertig. Müll. Freuen wir uns. So, das ist unsere Blissim Box. Das radelt ganz schön hin und her hier. Die sieht schon mal schön frühlingshaft aus, oder? Ich halte es jetzt still. Also ich glaube, hier ist kein Puffer drin, kein Knitterpapier oder sowas. Das ist die Blissim My Box mit einer schönen Blumenwiese. Ich packe sie jetzt mal aus. Ich mache sie mal auf. Die passt auch gut in die Hand. Also die ist wirklich nicht groß. Das ist eine kleine, feine. Mal schauen, ob sie so fein ist. Beauty Box ab ins Grüne. Ich stelle euch das mal hier hin. Vor das Au-Jahr. Das Au-Jahr geht trotzdem. Wir haben einen Flyer. Wir haben einen richtigen Flyer. Ja, tatsächlich Leute. Ab ins Grüne, sagt Blissim. So. Was haben wir denn hier? Eine Anmerkung der Redaktion. Darf ich euch die jetzt vorlesen? Ab ins Grüne. Im Mai laden wir dich zu einem Ausflug ins Grüne ein. Begib dich auf einen Schönheitsspaziergang an der frischen Luft zwischen den ersten Frühlingsblumen und zaghaften Sonnenstrahlen. Hol dir einen Hauch von frischer Luft. Wir teilen mit dir unsere neuesten Lieblingsentdeckungen in Sachen Schönheit, um deine Routine endgültig in den Frühlingsmodus zu versetzen. Dieser Mai wird voller Frische und Leichtigkeit sein. Schauen wir mal, wie frisch und leicht alles wird. Dann habe ich hier einen kleinen Flyer. Herzlich Willkommen bei Bissim. Das Beauty-Abenteuer beginnt. Jeden Monat bekommt ihr von uns eine Auswahl an fünf hochwertigen Beauty-Must-Haves in einer exklusiven Box. Sehr schön. Haben wir hier. So. Und da sind meine Beauty-Produkte. Es stimmt, wir haben kein Krisselpapier drin. Weniger Müll. Finden wir gut. Solange nichts kaputt geht. Ich weiß ja nicht, was da immer so dabei ist. Nicht, dass wir dann mal irgendwas Auslaufendes haben. Das wäre nicht so toll. Ach ne. Ich dachte gerade, ich meine, bei Irene ist da mal so ein Puder explodiert. Aber ich glaube, es war die Mia-Box. Da hat sie das aufgemacht und war direkt gepudert. So. Als erstes haben wir Glyme. Look at that glow. Wenn das so hell ist, ist es auch echt schwer an der Kamera. Ein Serum Illuminateur. Brightening Serum. Vegan. Sehr schön. Französisches Produkt. 95% natürliche Ingredients. Wie heißt es? Inherzstoffe. Und mit Hyaluronsäure und Vitamin C. Das habe ich mir jetzt nicht mal so zusammen gereimt. Das ist alles auf Französisch. Aber glaubt mir, es sind 25 Milliliter an Brightening Serum. Was haben wir denn hier stehen? Let it glow. Let it glow. Let it glow. Es steht kein Preis dabei. Schreibe ich euch hier hin. Und ich höre auf zu sägen. Oh Gott, es tut mir leid. Manchmal merke ich es nicht. Da müsst ihr einmal aufschreiten. Eine glatte, weiche und belebte Haut. Perfekt zum Start in den Frühling. Dieses Serum schützt deine Haut sogar vor schädlichen Umwelteinflüssen. Sehr schön. Trage es ein bis zwei Mal täglich unter deiner Feuchtigkeitscreme auf. Das aufhellende Serum für alle Hauttypen mit deiner Haut den ganzen Frühling lang zum Strahlen bringen. Okay. Also wir haben Vitamin C. Wir haben Hyaluronsäure. Und es ist aufhellend. Heißt, ihr könnt das tagsüber benutzen. Morgens macht es am meisten Sinn. Aber dann bitte, bitte benutzt einen Sonnenschutz unter eurem Make-up. Also Serum, Feuchtigkeitscreme, wenn ihr wollt. Sonnenschutz. Und dann Primer. Ich weiß, immer mehr rauf, immer mehr rauf. Aber wenn ihr lang genug wartet und das einzieht, freut sich eure Haut. Primer und dann Foundation oder Concealer oder was auch immer. Make-up. Ich mach mal den hier. Ich komm auch näher ran. Kommt was raus? Oh, das war sehr flüssig, ne? Okay, okay, okay. Es ist halt ungewohnt in so einer Tube, muss ich ehrlich sagen. Okay, es riecht gut. Es riecht gesund. Ja, es riecht wirklich wie eine sommerliche Grundlage. Schön beschrieben, ne? Also jetzt nichts Aufdringliches, ganz frisch. Ich merke jetzt aber auch nichts. Also es zieht sehr schnell ein. Das war jetzt auch nicht viel. Aber fühlt sich, glaube ich, sehr gut an. Das erinnert mich auch an irgendwas anderes. Irgendein anderes Serum, das ich benutzt habe. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber das finde ich ganz gut. Finde ich ganz gut. Ist dabei, tolle Farbe, ne? Schöne Farbe. So, nächstes Produkt. Da kommt was Buntes. Wir sind bei Bayer Paris. Delirium, Florel, Iris und Patchouli Körpercreme. Creme Koch. Korb ist der Körper, also der Body. Eine Körpercreme. Bodycreme mit Avocadoöl. Ne, mit Avocado und Erbsenöl. Birnenöl. Birnenöl. Bin ich blöd? Pi ist eine Erbsen, ne? Also Birne. Ignoriert das. Ich lese es einfach mal vor. Also pass auf. Wir haben eine Körpercreme mit Iris und Patchouli. Ein Ticket für dich und deinen Körper. Auf in ein sonniges, sensoriales Abenteuer. Eine mit Feuchtigkeit versorgte Haut auf dich wartet eine exklusive Formel und natürliche Inhaltsstoffe, die dich träumen lassen. Okay, so, bisschen seltsam. Also, Bio-Avocadoöl, Haselnussöl, Traubenkernöl, Kaktusfalkenkernöl mit Bienen und Jobabachs. Aber hier steht jetzt gar nichts. Und dann steht hier noch Iris und Patchouli Note. Also alles dabei. 25 Milliliter. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz, jetzt stehe ich gerade voll auf der Leitung. Schau mal, was Pia heißt. Ich bin doch wieder zu doof, ne? Birne. Doch. Das ist die Birne. Entschuldigung. Also hat alles gestimmt. Fast. Birne. Warum auch immer. Birnenöl. Prickelndes Birnenöl in der Body Cream. Die Creme an sich ist rosa. Und kommt nicht raus. Hallo? Oh, ich drück schon richtig. Schaut mal. Da kommt nichts raus. Jetzt. Also die ist schnell leer. Oh, die riecht gut. Also ziemlich Parfüm. Es riecht nach Parfüm. Es riecht nach... Aber nicht sogar so ein bisschen... Was ist das? Ist das Patchouli? Ich glaube, ich mag es nicht. Also auf dem ersten... Ja. Auf den ersten... Dings... Blick... Geruch... Riecht es ganz frisch. Aber... Es ist mir zu schwer, glaube ich. Zu viel. Oh, das gebe ich weiter. Schade. Ne. Ne. Ich mache es nicht nochmal. Das riecht so... Das ist das Florale, glaube ich. Ich mag das nicht. Das ist so dieses staubige... Das ist jetzt fies. Ich will nicht die Nase zu halten. Aber es ist mir zu schwer. Das ist dieses staubige Florale. Ich mag es nicht. Toll. Ewig rumgedödelt und probiert und gerecherchiert. Gehrecherchiert. Achtung. Ewig rum. Pumperdadat für etwas, was ich nicht behalten werde. Tut mir leid. Es ist eine Body Cream. Die riecht Floral 25 Milliliter. Da. Haben wir dabei. Dann haben wir ein Humble Bumble. Bumble Bumble. Was was? Bumble und Bumble. Hairdressers Invisible Oil. Ein Haaröl. Ah. Ein Heat und UV Protective Primer. Okay. Also ein Hitzeschutz quasi. Hitzeschutz Primer für die Haare. Zum Sprühen. Genau. Mit Sprühkopf. Das sind 30 Milliliter. Also wahrscheinlich super zum Mitnehmen. Für den Urlaub. Für den Ausflug. Das ist so ein Hitzeschutz Spray. Aber auch für UV Strahlen. Also gegen UV Strahlen. Nicht schlecht. Auf trockenes oder feuchtes Haar sprühen. Kämmen oder Bürsten. Und dann wie gewohnt sein. Genau. Dieser Primer spendet Feuchtigkeit. Schützt vor der Hitze der Geräte. Und vor UV Strahlen. Beugt Haarbruch vor. Und kontrolliert Furst in nur einer Anwendung. Ganz normaler Hitzeschutz. Ich werde es wegpacken. Für. Ich mache mal eine Box. Ich mache mal eine Verlosung. Irgendwas werde ich mal tun. So langsam füllt sich diese Box. Ich habe es jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt. Glaube ich. Aber ich sammle schon mal. Da kommt das mit dazu. Bei Haarprodukten bin ich. Brauche ich nicht so viel. Jetzt haben wir es in uns hergestellt. Kommt da mit rein. Dann kommt Werbung. Oh schön. Oh, mehr Beschreibung haben wir hier nicht. Warum nicht? Das ist ja jetzt auch witzig. Schaut mal. Wir haben. Bin ich zu doof? Dieses Produkt. Oh, ich habe was überblättert. Ja, ich bin zu blöd. Hier ist was los. Hallo Blissinbox. La Rosé. La Rosé. Das ist, meine ich, eine sehr nachhaltige Marke. La Rosé Paris Gel Cream Hydratant. Also, ich glaube es ist französisch. Gel Cream Hydratant. Oh, Concombre Bio. Gurke. Richtig? Gurke. Nouvelle Formule. Ja. Meisterizing Cream Gel mit Bio Gurke. Also, eine Feuchtigkeitscreme. Meine Güte. So viele Sprachen hier. Deutsch, Französisch, Englisch. Alles dabei. Made in Forms. Die Tube ist vegan. Und aus 98% Abbaubahnen. Das ist ja witzig. Materialien. Genau. 60ml haben wir hier. Ich zeige es euch nochmal rein. La Rosé. Feuchtigkeitsspende Gel Creme mit Gurke. Dieses leichte Pflegeprodukt ist perfekt für deine Frühlingsroutine. Ein ultra frisches Gel Creme mit Bio Gurken wurde entwickelt, um optimal Feuchtigkeit zu spenden, Unreinheiten zu mindern und die Teezone zu mattieren. Was mattiert denn da? Tatsächlich, die Tube besteht aus Zuckerrohr. Ich werde die benutzen. Ich mache es jetzt auf. Ich will wissen, wie das riecht. Mit Gurke, das ist immer so ein bisschen heikel. Das kann nicht so schön riechen. Gel Creme würde mich jetzt auch mal interessieren. Läuft es? Ja, ein bisschen. Ne, es riecht frisch. Oh, schön. Oh, schön. Das ist auch richtig kühlend. Oh ja. Das erinnert mich an meine Mama. Fragt mich nicht, warum. Und sie mag gar keine Gurke. Mama, wenn du das hier siehst. Willkommen auf YouTube. Ich weiß nicht, warum. Dann muss ich sie mal fragen. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, was sie dazu sagt. Zu dem Geruch. Aber das fühlt sich sehr, sehr schön an. Ich glaube, ja, das kann ich tatsächlich morgens und abends auftragen. Man fühlt es noch. Es ist nicht sofort eingezogen. Aber es fühlt sich total angenehm an. Nicht groß nachfettend oder so. Super cool. Bin ich dabei. Sehr schön. Für Combination Skin. Also wahrscheinlich für... Was ist das? Mischhaut. Mischhaut. Super. Sind wir auch dabei. Und dann, wie viele Produkte haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Nummer 5. Ein Benefit. Oh, schaut mal. Ein wunderschöner. Mit Hufeisen oben drauf. Das ist so dieser klassische Magnet. Wie heißt sie? Their Real Magnet. Also, sie sind echt, ne? Their Real. Magnet Mascara. 4 Gramm. Süß. Hol dir deinen Rehblick. Diese Kult Mascara verlängert die Wimpern und verleiht ihnen Volumen und Schwung für einen spektakulären Blick. Die Bürste horizontal halten und in Zickzack Bewegung von der Wurzel bis zur Spitze der Wimpern auftragen. Macht ihr so, ne? Die Bürste vertikal halten und leicht nach oben bürsten, um die Wimpern zu definieren und zu trennen. Aha. Ich mache jetzt mal die Bürste auf. Das ist ja auch nur ein kleiner. Drückt mir mal die Daumen, dass es eine Bürste für mich ist. Ich glaube, ja, es fühlt sich... Nein. Ah, shit. Okay. Also, es ist so eine Silikonbürste. Mögen viele von euch, ne? Ich mag das leider nicht so. Also, die meinen, dass man zuerst so in Zickzack Bewegung die Wimpern eintuschen soll und dann vertikal halten und die Wimpern noch einzeln trennen. Ja, ich verstehe. Also, habe ich auch schon gesehen. Aber, das klung doch total, oder? Ich stelle mir vor, ich mache mal kurz, dass dann die Wimpern viel zu voll sind. Na ja, da kommt jetzt irgendwie gar nichts runter. Da kommt nichts runter. Ah, jetzt. Aber nur hier hinten. Das war... Leute. Da kommt gar nichts runter. Oh, jetzt sagen wir nicht der Benefit-Mascara. Es hat geploppt, ne? Na doch, jetzt kommt ein bisschen... Oha, aber das teste ich nochmal in Ruhe. Also, pumpen wollen wir nicht. Wenn ihr pumpt, kommt da Luft rein. Das machen wir nicht. Dann trocknen die aus. Ich versuche mal ein bisschen so. Also, er ploppt, ne? Er matscht. Also, da scheint schon ein Produkt drin zu sein. Jetzt probiert sie hier Mascara auf der Hand aus. Ja, sorry, aber da ist irgendwie kein Produkt drauf. Ich habe jetzt schon Mascara drauf, ne? Aber, ich habe nicht das Gefühl, dass da Produkt runterkommt. Okay, das teste ich nochmal in Ruhe. Das wäre ja sehr schade, wenn der quasi schon leer ist, oder nicht? Oder ist das so? Kennt ihr den? Also, habt ihr den schon mal benutzt? Dann erzählt mir mal, ob da so wenig Produkt runterkommen soll. Ich habe ja jetzt hier mehrfach probiert. Und das ist jetzt das, was insgesamt runterkam. Hier habe ich mich eben eingeschmiert. Aber das kam jetzt nach, wie oft bin ich jetzt runtergegangen? Viermal oder so? Runter. So, jetzt muss ich mal kurz ausprobieren. Ich habe ja, ich stelle den hier dazu. Ich habe ja eine Mascara, die ich sowieso, also die ich jeden Tag benutze aktuell. Und die probiere ich jetzt mal. Oh, da habe ich hier alles verschoben. Eine Sekunde. Da ist sie. Die absolut Gegenteil. Essence Before It's Lashes Mascara. Die mache ich jetzt mal hier daneben. Und da kommt sofort viel mehr runter. Seht ihr das? Das ist nach... Muss ich das mal suchen. Nach viermal drüber gehen. Von der Benefit mit der Benefit Mascara. Und das ist hier wieder eine Essence Mascara. Ich mache mich jetzt gleich hier einmal sauber. Aber erzählt mir mal bitte, ob ihr diese Mascara habt. Und wie die bei euch funktioniert. Es würde mich jetzt richtig interessieren, ob ich einfach zu blöd bin. Ein bisschen schade. Also gerade Mascaren probiere ich sehr gerne aus und sammle die sehr gerne. Und Benefit. Ich muss halt sagen, ich habe schon eine Benefit Mascara und die fand ich auch nicht gut. Und es ist auch diese richtig berühmte. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Die hier. Die finde ich auch nicht gut. Welche ist es denn? Na egal. Die war jetzt ja nicht in der Box. Also egal. So. Wir haben also fünf Produkte. Was ich sagen muss, was mir jetzt auffällt, da stand als Neukunde, als erste Box bekommt man sieben Produkte. Frühlingsdeal. Diesen Monat gibt es für jede Erstbestellung sieben Produkte im Wert von 96 Euro. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe fünf Produkte. Und ich hatte schon gehört, auch von Irene, dass es sein kann, wenn man einen Freunde-Werben-Freunde-Code benutzt, da zahlt man ja weniger. Ich habe jetzt nur 9,95 Euro bezahlt, statt 14,95 Euro. Aber da bekomme ich anscheinend nur fünf Produkte, obwohl ich Erstbesteller bin. Dann werde ich die auch noch mal anschreiben, das darf ich mich hier nicht einsäunen. Also wir schauen mal. An sich finde ich die Box toll. 9,95 Euro habe ich jetzt bezahlt. Durch den Freunde werden Freunde-Code. Ich habe fünf Produkte bekommen. Ich finde die auch toll. Das Serum finde ich toll. Die Body Lotion kommt weiter. Der Schutz, Haarschutz kommt weiter, Hitzeschutz. Die Creme finde ich toll. Und die Mascara weiß ich gerade ehrlich noch nicht. Aber gut, dann sind zwei Produkte dabei, die in Ordnung sind für mich. Ist okay, ne? Ich habe jetzt keinen Verlust gemacht. Alles gut und ich freue mich immer über Überraschungen. Die Box finde ich auch schön. Kann ich weiter benutzen. Super. Aber ich werde jetzt einmal nachhaken. Was ist los mit den sieben Produkten? Da werde ich euch Bescheid geben. Ich mache hier immer so eine Reihe auf den zweiten Blick. Ich verlege euch das mal hier oben. Das wird es auch von der Blissinbox geben. Dann erzähle ich euch davon. Und ich werde mich mal informieren, was mit der Benefit Mascara ist. Ob es an mir liegt, ob es an ihr liegt, wie auch immer. Was sagt ihr? Seid ihr schon auf den Blissin-Hype aufgesprungen? Habt ihr eine Blissinbox oder habt ihr vielleicht sogar die Blissin-Frankreich-Box? Erzählt mir das mal. Und dann werde ich mich mal das Ausprobieren machen und meinen zweiten Blick vorbereiten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht. Bis dahin, ganz, ganz wichtig, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.